Hallo und seid gegrüßt. Hinter mir ist ein Riesenrad, aber ihr seht das Größenverhältnis. Das ist gebaut 1897, aber wird mit Elektronik betrieben. Das älteste Riesenrad hier in Marburg. Ein kleiner Vorgeschmack, Marburg-Spanald. So in diesem Sinne, bis später. Das soll heute Abend stattfinden, gegen 19 Uhr in Marburg. Und Marburg by Night. So in diesem Sinne, bye bye. Hier seht ihr es auch nochmal im Schlossbasscenter in Marburg. Das ist auch unter Google zu finden oder Google Maps. Hier ist auch alles schön dekoriert. Hallo. Ach, wie goldig. Gibt es noch ein Händchen? Nein, natürlich nicht. Nein. Auch interessant, diese Werbevideos. Wir haben mal das Plakat zu sehen. Misswahl Marburg 2018. Und Marburg by Nacht. Ganz deutlich, unten zu sehen. Hallo meine Lieben, viele Grüße aus der Ferne hier in Marburg. Marburg by Nacht. Ja, auch so sehen nachher die Schallwürfe aus. Marburg by Night. Der Weihnachtsmarkt ist eigentlich noch nicht offiziell eröffnet, aber hochbetrieb. So, da vor dem Rathaus unten sehen wir auch die Scheinwerfer. Und in circa zwei Stunden ist die Eröffnung. Feier zu Marburg by Night und vieles mehr. So, bis dann. Hier schon mal ein kleiner Vorgeschmack. Der Weihnachtsmarkt hier in Marburg, Marktplatz in der Oberstadt. Vor dem Rathaus. Jetzt kommt unser schönstes Haus hier in Marburg. Achtung. Oh, der Gockel kräht ja sogar. Das schönste Haustier in Marburg und weltbekannt. Der Rathaus Gockel. Hier haben wir schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Marburg by Night. Hier sind schon die Strahler angeworfen. Kaffee am Markt. Ja, da standen die Dinge jetzt hier in Marburger Oberstadt. Wir warten alle auf die offizielle Eröffnung. So, und circa eineinhalb Stunden erstrahlt ganz Marburg. Gunterbund, angestrahlt, überall. Und um 17.45 Uhr ist die Eröffnung am Notischen Kirchhof. So, bis dahin. Und danach bin ich dann zu dieser Misswahl. Miss Marburg. So, hier sehen wir schon etwas. Marburg by Night. Das Rathaus ist schon angestrahlt. Das Riesenrad, oder das Kinderrad, sagen wir mal, ist auch schon in Betrieb. So, jetzt sehen wir alles mal aus der Ferne. Ja, ich komme ja gleich. Sehr schön, dieser Anblick, oder? Jetzt wird es wieder unscharf. Oh, das gibt es nicht. Hier sind zwei kleine Fans von mir. Hier in einem Riesenrad oder Kinderrad. Hallo, Moris. Uhu. Ja, wo ist er denn? Uhu. Uhu. Hallo. Ah, hallo. Hallo. Hallo, meine Lieben. Viele Grüße aus der Ferne hier in Marburg. Marburg by Night. Oho. Vielen Dank, meine Lieben. Viele Grüße aus der Ferne hier in Marburg. Marburg by Night. Oho. Vielen Dank.